Ich weiß nicht, wie man diese... Oh, diese Zippe-Dinger bekommen kann. Oh, wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht, Alter? Wie? Wie, Alter, was geht denn hier ab? Wie lang war der? Nein! Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Setway.io oder Setterio, wie man es auch sagen mag. Und wir spielen heute eine neue Runde und versuchen in die Rangliste zu kommen. Danke für euer positives Feedback, das ist echt Hammer, was da rausgekommen ist, dass für mein, sag ich mal, Niveau mit meinen Abonnenten die Community, die stärkt auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt spielen wir, weil ihr das nochmal sehen wolltet, nochmal hier Setterio. Und wie es aussieht, wollen wir das ein bisschen geändert, weil hier ist jetzt, glaub ich, Text ja noch nicht vorher war. Und ja, ich hab auch gesehen, dass ich 8000 Master hatte letztes Mal im letzten Part. Und deswegen versuchen wir, weil der andere letzte von der Rangliste Platz 10 hatte, glaub ich, 11.000 oder so. Und das heißt, ich hab's fast geschafft und jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, da heißt schon jemand Badass. Das ist ja sehr cool. Oh, einen kleinen Moment, einen kleinen Moment. Und, ha, Musik. So, viel besser. Ich mag's nämlich eher, wenn der Musik ist. Das ist sonst ein bisschen zu unspannend, finde ich. Da kommt nicht so die O raus. Und ja, lass uns mal versuchen, ein paar Leute hier mal wieder zu verschlingen und zu umkreisen und einzufangen, wie es sich gehört. Ich weiß nicht, ob da Musik ist, weil oben links, oha. Weil oben links ist so ein komischer Name, Flip You. Und, das hört sich an, als wäre das Musik mehr, aber ich hör ja nichts. Oh, toll. Okay, geiler Start. Nächste Runde zum 108 Masterharten wieder. Ja, unten links seht ihr die Masse immer. Und unten rechts ganz klein sieht man nochmal eine Map. Ich schätze mal in der Mitte geht das meiste ab. Da würden wir auch gleich mal hingehen. Wir sind gerade im Südwesten. Und ja. Dann werden wir mal wieder versuchen, unser Beste zu geben. Der kleinste hat gerade 14.000 und der größte 48.000. Oha. Ja, und? Okay. Und ja, ähm, ähm, ähm. Der größte war 85.000, ja. Wie gesagt. Und das sieht so wunderschön aus, das Spiel. Also, die schönen Farben. Und bam. Gefangen. Okay, das war knapp, aber trotzdem noch genau. MLG. Bam. 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 Ah, fuck. Okay, das war... 2-3 Kills. In Folge. Mit Triple. Und ja. Das versuchen wir gleich nochmal, würde ich sagen. Der Efi ist auch schon am Start. Und hier ist wieder so ein fetter, mein großer Bruder. Wieder. Alter, das geht nie ab. Hey. Bosa. Oh, geohnt. Ja, schön, dass die denken, ich mach einfach nichts. Und wenn ich dann Gas gebe, haben die verkackt. Okay, wir haben jetzt schon wieder über 1.000, das ist sehr gut. Sehr gut. Also ich hab auch Angst vor den Kleinen, muss ich ehrlich sagen. Da denkt man manchmal auch so, hä? Die können mich jetzt holen, dann sind die so groß wie ich, wenn sie alles bekommen. Aber das Coole ist ja, wenn andere sterben, können wir einfach das abziehen. Ja. Ja. Ich hab Angst. Schnell in den Schutzbunkern. Meins. Ja, so ist es geil. Jetzt sind wir schon bei 2400, 500, 600, 700. Das geht ab. Warum schell ich die Zahlen? Oh, leille. Lelele. Ich bin lang. Ich bin da langsgeber. Nein. Oh, crap, Mensch. Das gibt es doch nicht. Das hilft nur das DE für Deutsch. Ich bin nämlich Deutsch. Die sollen nämlich wissen, mit wem sie sich zu tun haben hier. Community Deutschland. Okay. Ich weiß gar nicht, was diese komischen lebenden Glühwürmchen hier machen. Sind das irgendwie Seelen oder Spieler, die gerade geläftet sind oder was weiß ich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das wäre höre gut zu wissen. Ja, okay. Also wir waren schon bei 2000. Kann nur besser werden. Rambo. Vielleicht kriege ich ja den Rambo. Ah. Ja, habe ich geschafft Hurra. Mit einem Selbstmordattentat. Alles klar. Das war leider nicht so gut. Hi. Ah. Geil. Da hat er seinen eigenen Körper als Schild genutzt. Das ist halt eine gute Taktik. Jetzt gehe ich mal Richtung Mitte. Oh, wunderschön. Und. Holy shit. Ich weiß nicht, wie man diese. Oh. Diese Zöpferdinger bekommen da. Na. Oh. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht, Alter? Wie? Wie? Alter, was geht denn hier ab? Wie lang war der? Nein. Wie groß war ich? 1900. Okay. Alter. Was war das denn, Alter? Ich habe den Kopfnuss gemacht und habe gewonnen, obwohl ich kleiner war. Mega. Mega. Mega geil. Oh. Und go on. Alter, ich dachte gerade, der fällt gegen mich, ne? Der wäre so am Arsch. Super Mario. Oh. Alter. Was geht hier ab, Leute? Nein. Alter. Alter. Alter, das stirbt man echt ganz so schnell. Okay. Der kleinste von der Rangliste hat jetzt 15.000. Die entfernen sich immer mehr von mir. Ja. Danni. 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 Iiii. Ich mochte dich gerade, Junge. Oh. Immer diese Verzögerung und Nacks manchmal. Funny Bunny. Ey. Ey. Na. Hab ich dich ausgenockt? GLP. Hallo. Na. GLP. Hey. Bist du der Echteste. Ich kann dir sagen, dass ich der Echte bin, ja. Rainbow. Rainbow. Tschüss Rainbow. Also. Ja. Die meisten haben das Spiel noch nicht so gut drauf, will ich sagen. Ich nehme mir einfach was von den großen, die Bars übrig lassen. Und tot. Nippelgott. Hi. Nippelgott. Hi. Nippelgott. Bams. Tja. Nippelgott. Ist das jetzt meine Nippel oder was? Ah. Shit. Shit. Das war nichts. Das war nichts. Aber. 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 Da geht. Oha. Yay. Abstauben. Wuuu. Und schon habe ich wieder über 1000. Obwohl ich gerade erst gespawnt bin. Oh yeah. Du stinkst. Seihan. Du stinkst. Du stinkst. Welch. Ja. Ich glaube die meisten geben sofort auf. Weil die wissen. Die haben keine Chance da rauszukommen. Und dann machen die Selbstmord. Hä. Warming. Ist das ein deutsches Spiel eigentlich? Also. Agario ist glaube ich nicht deutsch gewesen. Und warum sind so viele ja. Die deutsch sind. Ich weiß nicht. Vor allem. Weil die ersten das aufgenommen haben. Die deutsch waren. Ja. Ich schätze ich mal. Ja. Hier. Die. 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 Hi. Oh shit. Ich hab eins vor dir. Jetzt sieht rösrig aus. Mal. Sollte sich mal ein bisschen. Oh shit. Na. Lieber nicht. über eine kurve drehen dann diesen schild bauen 123 hey hatten wir dich nicht in der letzten folge schon hey das gibst du auch ja du hast das versucht das war ein guter versuch ja wieder bei 2400 okay jetzt werde ich nur aufpassen und immer versuchen ich jetzt mich zu schützen Wormi! Ha! Oh! Seid ihr nur so dumm? Haha! Oh shit! Alle fahren sich gegen mich! Ge-Owned würde ich sagen! Ge-Owned! 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 Alter, was geht hier ab? Ich bin jetzt schon 5000, alter! Schaffe ich's auf die Liste! Also ich kann jetzt schon besser Leute umzingeln, weil ich so mega lang bin! Tja, nicht weinen! Okay! Die nehm ich mit! Der ist länger! Please don't kill me! Not kill me! Not kill me! Alles klar! Ich bin jetzt schon mal bei der Karte! Ich bin jetzt schon mal bei der Karte! Ich bin jetzt schon mal bei der Karte! Und jetzt ist noch ein paar Mal im Video! Ich bin jetzt schon mal bei der Karte! Ah, das war meine beste Rhythme bisher, Leute. Und die kann ich mit euch teilen. Oh ja. Ach ja. Oh, ey. Klippämpchen. Klippämpchen. Ich will einen Typenklipp. Gib mir deine Kaka. Komm, gib sie mehr. Ja. Ding, 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 ding. Happy Happyness. Ja. Das war echt, echt unglaublich. Just LLM Rams. Guck mal her. Kann ich mich töten? Willst du es nicht auch? Guck mal, wie schnell die sind. Im Gegensatz zu Agario sind die schneller als man selbst weiß. Und die können fast die ganze Zeit unendlich Speed-Boost geben, weil ich habe gelernt, dass die Großen halt einfach sich kleiner machen, dadurch minimal, aber das guckt ja nicht, ne? Wenn die dadurch einen Kill machen und noch größer werden, ist wie es in Varagayo diese komischen kleinen Teilchen abgürt, bloß dass man halt weniger verliert und schneller wird, anstatt jetzt nur kleiner zu werden. Oh. Yes. Und so schnell wird man wieder größer. Vielleicht schlängert sich hier einmal wieder einer zwischen mir, ich muss mal wieder so eine Bogentaktik machen. Oh, der letzte hat 10.000. Der ist nicht so weit weg. Den können wir uns holen. Germany! Germany! Und man sieht auch, ich habe Polen-Germany in der Rangliste gesehen, jetzt ist er nicht mehr da. Das heißt, so ein kleiner oder so ein kleinerer oder größerer hat ihn gekillt und das war halt nicht so gut. Ne, er macht seinen eigenen Schutzschild, okay. Ich lasse den in Ruhe, der hat es verdient zu leben. Da-da-dam. Okay, das ist glaube ich auch mein Last-Try hier, ne? Mal sehen, wie weit ich schaffe. Da-da-dam. Doppel-Own, oh shit, holy crap. Und nochmal Triple. Das ist ein Triple. Das ist ein Triple. Das ist ein Triple. Das ist ein Numberfucking Triple. Shit. Oh, der läuft gegen mich. I'm a snake you can not kill me I'm a snake Guck mal der Dab wurde gerade gefangen genommen Schade, 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 Schade Blablabla Haha Tja, Kollege du bist tot Ich kann dir eins sagen, du bist tot Ich bin so eine große Schlange. Ha! Ha, 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 Ha! Aber 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Nee! Oh! Yes! Okay, 6000! Oh mein Gott, die letzten beiden sind 10.000, Alter! Ich wurde grad aktualisiert. Okay! Okay, ich könnte... ...nicht den hier killen. I'm a beast! Nein! Alter, nein! Fuck that shit! Ah, Gott, nein! Okay, ja, das war's dann wohl. Ja, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Dislike da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr nächstes Mal verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich bin mit raus, euer Golden Game. Haut rein! Bis zum nächsten Part bei... ...Siterio! Und... Tschüss!